herzlich willkommen zu einem shop video es gibt wieder neuen skin wir werden uns das ganze jetzt anschauen wenn euch die videos hier gefallen würde ich mich natürlich riesig über ein abo freuen und lasst gerne auch eine bewertung auf dem kanal da und ich würde mich auch noch über feedback freuen was ich vielleicht noch an meinen videos verbessern kann schreibt deshalb einfach ein bisschen feedback in die kommentare würden wir auf jeden fall sehr sehr weiterhelfen und jetzt schauen wir uns den uns gehen an nämlich die reicheren die aus dem drehzahl set ist was glaube ich wo auch diese motorrad skins drin sind sie eigentlich ganz nice aus so ein bisschen freestyle look eben halt und er weiß ja nicht was mit den haaren los ist aber die schweben schon hier komplett in der luft herum ich weiß nicht wie viel geld da drin ist aber nun gut na es sieht aber eigentlich ganz nice aus kann sich für ihn verkaufen da habe ich hier ketten spalter hatten ganz heißen sound sieht doch ganz nice aus hier mit der gold kette er kann sich für ihn verkaufen da habe ich hier die plastik patrouille ist eigentlich auch ein ganz nice das kind hier einmal im prinzip in drecken so ein bisschen verdreckt in grau dann ehemal verdreckt in grün und so ein bisschen dreck hier mal auch in rot hier mit so ein paar flecken drin ja ist auf jeden fall eigentlich ganz nice die stile hier davon gibt es natürlich auch die falsche version auch hier wieder mit den drei stilen und auch noch grünes plastik als lackierung sowie immer halt graus plastik und rotes plastik im prinzip in allen vier farben für 400 v bucks das heißt man bezahlt im prinzip auf die 300 v rock lackierung 100 v bucks noch mal drauf und bekommt alle drei das geht auf jeden fall komplett klar habe ich ja schnorchel ob es ist ein cooler skin kommen sich für ihn verkaufen aber billy bounce sind fortbewegung simot kann sich auf jeden fall aufkaufen in reise musik aber immer mit der ruhe sieht eigentlich auch ganz witzig aus dann haben als nächstes waffenexperte für die jetzt nicht ganz cool den skin ich finde da sind die anderen skins heute besser als nächstes haben wir ewiger nullpunkt sie ziemlich stranger soll und das bewegt im prinzip die textur immer noch genauso zu einem schaut das soll natürlich immer genauso sein aber es sieht eben als super irritierend aussieht allerdings eben halt auch schon ziemlich nice aus dann haben wir noch beschleunige muss ist ein cooler mode habe ich mir auch damals gekauft und das erste mal raus kam ist auch einer der wenigsten emotion im prinzip mit einer stimme im hintergrund kann man sich auf jeden verkaufen musik ist nice das war es dann mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao